Große Daten, Big Data, jetzt auch im deutschen Wahlkampf. Bundestagskandidat Johannes Steiniger in Neustadt an der Weinstraße im Haustürwahlkampf. Heimspiel in einer CDU-Hochburg. Wahlkampf analog und doch digital mit einer App. Die App sorgt zumindest dafür, dass es so ein bisschen einen Wettstreit zwischen den Wettkämpfern gibt, wer die meisten Türen hinbekommt. Für jeden Facebook-Post, jede WhatsApp-Nachricht mit Wahlkampfwerbung und jede besuchte Tür gibt es Punkte. Ein Prinzip aus Computerspielen, Gamification. Steiniger ist in Rheinland-Pfalz Nummer 1. Die App zeigt aber noch mehr, wo die Wahlkämpfer bereits aktiv waren und wie die Stimmung der Wähler vor Ort ist, in Echtzeit. Für den Politikberater und Blogger Martin Fuchs ist das einer der zentralen Vorteile der App. Ich glaube, diese App ist die Killer-Applikation für den Wahlkampf schlechthin für die Partei. Sie macht den Wahlkampf effizienter, sie macht den Wahlkampf schneller, sie macht den Wahlkampf reaktionsstärker für die Partei. Und man hat extrem viele neue Daten, die dann wiederum sehr wertvoll sind für kommende Wahlkämpfe. Mit diesen Daten kann die CDU erkennen, wie die Zustimmung zur Partei in einer Straße ist. Angeblich alles datenschutzkonform. Im Wahlkampf geht sie nur dorthin, wo sie sowieso hohe Zustimmung hat. Die Strategie dahinter, stärken, stärken. Auch andere Parteien setzen auf Daten, die SPD zum Beispiel. Und können auf Grundlage dessen den Wahlkampf weiter planen. Die FDP versucht ebenfalls, ihr Potenzial optimal zu nutzen, Wähler zu mobilisieren. Wie etwa im Saarland und in NRW. Dort war das CDU-Wahlergebnis um 2 bis 2,5 Prozent besser in Wahlkreisen mit App, nach eigenen Angaben. In Zukunft könnten Wahlkämpfe noch gezielter auf einzelne Haushalte bezogen geführt werden. Dadurch, dass jetzt immer mehr Apps zum Beispiel eingesetzt werden, aber auch insgesamt die Parteien sensibel geworden sind im Thema Datenwahlkampf und versuchen immer mehr Daten zu sammeln, werden wir in Zukunft auf jeden Fall die Situation haben, dass wir eigentlich ganz ähnliche Verhältnisse wie in den USA haben. Deshalb meint er, 2017 könnte der letzte traditionelle Wahlkampf sein. Übrigens, auch die Daten vom klassischen Klemmbrett werden in Berlin digitalisiert. Alles für die App. Denn die Daten dürfen Steiniger und seine Partei weiter nutzen. Bei jeder Landtags- und jeder Bundestagswahl. Ein wahrer Datenschatz, sagen Experten. Wer die besseren Daten hat, könnte vielleicht bald die besseren Ergebnisse haben.